Der Maimonk-Podcast mit Tim Schlenzig. Hi, schön, dass du da bist. Ich nehme die Folge gerade am Abend auf. Ich weiß auch noch nicht, wie sie heißen wird. Ich wollte einfach ein paar Sachen erzählen von der letzten Zeit und was teilen aus meinem Buch und mal schauen, wo uns das hinführt. Ich war ja super aufgeregt, weil es sei dein eigenes Zuhause, mein erstes richtiges gedrucktes Verlags produziertes Buch seit letzten Montag. Im Laden ist und es ist mir so wichtig. Ich war krass aufgeregt, wie die Welt reagiert. Ich habe auch die eine Sache gemacht, die ich mir vorgenommen habe, nicht zu machen, aus Gründen der Praktikabilität. Und zwar habe ich die ganzen Fingernägel vor Aufregung an meiner rechten Hand abgekaut, sodass ich das Buch jetzt bei Instagram-Stories und sowas nur noch mit der linken Hand in die Kamera halten kann, was nicht so günstig ist. Aber mein Gott, ich schaffe auch, mir das zu verzehren, irgendwie gerade ganz gut. Ja, verrücktes Buch. Ich habe in der letzten Folge was dazu erzählt, wie es entstanden ist, nämlich sehr ungeplant. Und deswegen wusste ich auch überhaupt nicht, was die Menschen dazu sagen werden. Es ist wahrscheinlich nicht das Buch, was ich von mir erwartet hätte, sowohl als Autor als auch als MyMonk-Leser oder Hörer. Und auf der anderen Seite irgendwie dann doch. Und zwar noch viel mehr, als ich es vielleicht gehofft hätte, auf eine bestimmte Weise. Ja, und jetzt kommt eben dieses Feedback in dieser Woche rein. Das erste Mal, dass so Menschen reagieren auf dieses Ding, was ich da geschrieben habe. Und das Erste, was ich sehr häufig höre, ist tatsächlich, so ein Buch habe ich noch nie gesehen. Und das Zweite, das finde ich aber viel wichtiger, ist, dass die Menschen mir schreiben oder erzählen, dass sie weinen. Dass sie beim Lesen weinen, aber nicht wegen mir, es ist überhaupt kein Jammerbuch oder so, sondern weil sie mit sich selber so in Kontakt kommt dabei. Und irgendwie wahrscheinlich auch mit mir als Autor, weil man dann, ja, in dem Moment, wo man das liest, das Gefühl teilt, was ich hatte beim Schreiben, in meinem Leben, in einer bestimmten Phase. Und das, muss ich sagen, ist schon sehr, sehr schön für mich. Und ich denke, das ist das maximal große Kompliment, was ich kriegen kann, dass jemand berührt ist. Und ich bin ja eigentlich gar nicht der Typ dafür, der sich selber auf die Schulter klopft. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich das bei dem Buch ein bisschen zulasse, weil ich wirklich tief in mir stolz drauf bin. Und deswegen lese ich jetzt eine von den Amazon-Rezensionen vor. Und das ist jetzt nicht die einzige Gute. Es gehen irgendwie ganz viele in die Richtung, aber die fand ich besonders schön. Und habe sie mir ehrlich gesagt auch mehrmals durchgelesen. Also los geht's. Ich könnte jetzt sagen, sei dein eigenes Zuhause ist eine Wucht, etwas völlig Neues, das ich noch nie so gelesen habe. Das Unicorn, das jeder Schriftstelle erschaffen möchte und von jedem Leser gelesen werden möchte. Ich könnte auch von der Gänsehaut berichten, die mir bei so vielen Seiten über den Körper gejagt ist. Und trotzdem würden diese Beschreibungen nicht das zusammenfassen, was das Buch wirklich ist. Denn all das konnte ich bereits nach wenigen Seiten sagen. Aber vielleicht kann ich es ja so zusammenfassen. Ich musste erst das Buch lesen, um überhaupt eine Idee davon zu bekommen, wie oft meine eigenen Gefühle eine Fremdsprache für mich sind. Das Buch hilft mir, mich selbst zu übersetzen, mich anders zu verstehen und mich mit mir auf einer neuen Ebene zu versöhnen. Mag ja sein, dass es in dem Buch um ein lyrisches Ich geht, aber in Wirklichkeit lese ich es und es geht nur um mich. Ich hätte nie gedacht, dass so wenige Worte mich so tief mit meinem eigenen Menschsein wieder verbinden könnten. Ende. Ja. Krass, oder? Ich finde es sehr krass. Ja. bei dem Buch komme ich sehr raus aus meinem Versteck. Zeige mich, zeige auch die Scham. Verstecke noch nicht mal die Scham dabei und dass es so krass gut ist, es mit anderen was macht und ich fühle mich da gerade super verbunden und ja, ich bin jetzt auch, was ich die letzten zehn Jahre bisher nur ein einziges Mal gemacht habe, bin ich in ein paar Podcasts von Menschen, die ich zum Teil schon Jahre kenne und sehr schätze. Bei Lars Ahmend werde ich sein, ich war bei Kürs, ich war bei Sarah Desai, das kommt alles die nächsten Tage, wenn es noch nicht draußen ist. Bei Christina Hillesheim von Happy Dings, bei Melanie Pickneter und noch ein paar andere und das ist toll, dass dieses Buch mir das erlaubt, jetzt ja auch in solche Sachen zu gehen und da Teil sein zu können. So viel zum Meta, zur Meta-Ebene. Dann habe ich mir gedacht, ich schlage jetzt das Buch mal auf an irgendeiner Stelle und lese was vor daraus und sage irgendwas dazu. Mal schauen, wie das gelingt. Okay, nehmen wir den. Warum du es überleben wirst. Du bist immer noch hier. Der Schmerz hat dich nicht umgebracht. Die Abschiede nicht. Die zu schnellen und die zu langsam. Die Einsamkeit nicht. Du allein im Bett und das bisschen Mondlicht an der Wand. Die Gedanken nicht. Die alles noch dunkler machen, auch tagsüber. Die Blicke in den Spiegel nicht. Kein Mitgefühl. Nicht mal von diesem einen Menschen. Die Zeiten nicht, die sich angefühlt haben wie das Ende. Du bist noch hier und das, genau das, ist der Grund, warum du es auch diesmal überleben wirst. Ende. Ja, ich denke da an Zeiten, in denen ich meine Wohnung kaum verlassen habe und auch meinen Kopf kaum verlassen hat und der Kopf war voller Vorwürfe, voller Selbstzweifel und Selbstzweifel ist da echt milder ausgedrückt. Es war eine sehr, sehr dunkle Zeit, eine sehr zurückgezogene, einsame Zeit und wenn mir damals jemand gesagt hätte, ach komm, irgendwann endet das, hätte ich es vielleicht nicht geglaubt, wahrscheinlich sogar nicht, und wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst das irgendwann sogar nutzen können, irgendwas Gutes ist hier drin, nicht jetzt, aber irgendwann hätte ich ganz sicher nur den Kopf geschüttelt und jetzt hat vieles von dem, was ich mache, nicht nur das Buch, sondern insgesamt hat viel damit zu tun, dass ich Dinge geschafft habe für mich. Es sind keine Dinge mit Nachrichten wert, ich bin nicht irgendwie rückwärts über den Atlantik geschwommen oder sowas, aber ich habe Sachen ausgehalten, wie wir sie alle aushalten müssen und das ist eine ganze Menge und vielleicht können wir uns daran erinnern, wenn es gerade schwierig ist, dass wir schon mal geschafft haben und schon mal und schon mal und schon mal gut das war ein Text aus dem Winter, das Buch ist ja im Winter, Frühling, Sommer, Herbst aufgeteilt und jetzt einer aus dem Frühling Du wartest drauf, gut genug zu sein für den nächsten Schritt, aber wie lang willst du warten auf etwas, das schon ist? Ich habe ganz viel in meinem Leben auf irgendwas gewartet, oft wusste ich gar nicht so genau, worauf ich warte, oft habe ich gedacht, ich müsste warten auf das Gefühl, bereit zu sein, das Gefühl, nicht scheitern zu können, das Gefühl, unangreifbar zu sein, das Gefühl, es ganz sicher richtig zu machen und natürlich funktioniert das so rum nicht, die Bereitschaft kommt eigentlich erst, wenn man losgeht und wenn man es so sieht, ist sie vermutlich schon da, denn wenn wir nie bereiter sind als jetzt, dann sind wir jetzt bereit. Wir können da keine Abkürzung gehen, wir müssen durch die Unsicherheit, wir müssen durch die Angst wir müssen uns trauen, wir müssen einen Schritt machen hin zu unserem Traum oder Ziel und es gibt eigentlich nichts, was diesen Schritt leichter machen wird, der wird morgen nicht leichter sein, der wird übermorgen nicht leichter sein und das, was wir uns da einreden, sind einfach nur Geschichten, so wie die meisten oder ganz viele von unseren Selbstzweifeln nur Geschichten sind, so ist diese irgendwann fühle ich mich bereit Sache nur eine Geschichte und ich glaube, wenn ich was bereue in meinem Leben, dann ist es, dass ich zu oft, zu lang gewartet habe und mit zu lang meine ich oft Jahre. So einer aus dem Sommer, vielleicht steht es vor dir, wenn dir jemand sagt, dass er dich liebt und sich auch so verhält immer wieder. Versuche ihm zu glauben, denn es könnte ja stimmen, dass das hier, genau das, vielleicht das Glück ist, nachdem du so lange gesucht hast. Das ist auch was Schwieriges, finde ich, auch Glück ist irgendwie was Schwieriges, wenn wir verlernt haben, ihm zu vertrauen oder gelernt haben, ihm zu misstrauen und nicht anhalten, sondern immer weiter rennen, obwohl das Glück eigentlich schon da ist. Vielleicht rennen wir zum nächsten Partner, den wir immer noch suchen, obwohl dieses eine Date schon verdammt gut lief oder im Job oder irgendwo anders. Wir warten auf was, was schon da ist, wie bei der Bereitschaft eigentlich, fällt mir gerade ein. Wir warten auf was, was schon da ist und was einfach nur von uns gesehen und umarmt werden will, trotz aller Ängste, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr da ist. Vielleicht gibt es gerade irgendwas in deinem Leben, dass du ein bisschen mehr zulassen und genießen könntest. Vielleicht ist es eine kleine Sache, vielleicht ist es eine große Sache. Auf jeden Fall bist du nicht allein damit, wenn du dann noch skeptisch bist und trotzdem, trotzdem kannst du ein paar Momente sagen, ja, das hier, das könnte es gerade sein, vielleicht passierte gerade was richtig Gutes. So, und jetzt zuletzt noch eins aus dem Herbst. Darüber habe ich auch ein bisschen länger mit Kürs in seinem Podcast gesprochen, aber das hat mich jetzt gerade wieder so angesprungen, dass ich es einfach nochmal nehme. Herbsttag, die Einsamkeit des Eisverkäufers. in Klammern keiner hat es immer leicht. Der Eisverkäufer muss irgendwann seinen Laden zumachen, aber wann? Wann ist es Zeit, erstmal zuzumachen, zu warten, bis der Herbst vorbei ist und der Winter und der Frühling wieder da ist und er wieder aufmachen kann und sich das lohnt? Wie lange wartet er? Wartet er darauf, dass vielleicht nächste Woche nochmal die Sonne scheint? vielleicht sogar länger, vielleicht gibt es einen wahnsinnig tollen Herbst, wo Kinder und Erwachsene einfach Bock haben, auch im Oktober noch mit einer Kugel Eis rumzulaufen, einfach weil die Sonne noch so schön scheint. Oder ist der Regen jetzt gerade das Ende? Und da steht der Eisverkäufer da und schaut zu, wie die Leute alle an seinem Laden vorbeirennen, sie ist vielleicht hinter der Scheibe mit verschränkten Armen und fragt sich das, wenn der da so einsam steht und nicht gesehen wird von der Welt. Es gibt, glaube ich, keine klare Antwort dafür, wenn es erstmal an der Zeit ist, loszulassen, aufzuhören, den Laden dicht zu machen, bis die Zeiten wieder besser sind und ich glaube, darauf will ich auch hinaus, keiner hat es immer leicht und keiner hat immer eine Antwort und jeder hat diese Phasen, in denen es einfach nicht geht. Der kann jetzt auch noch Rabattaktionen fahren, eine Kugel zehn Cent, da würden trotzdem nicht viel mehr kommen. Er kann gerade nichts tun, weil das Wetter so ist und er weiß nicht, wie das Wetter morgen ist und eigentlich geht es uns allen so, wir können es einfach nicht wissen und das bedeutet auch, wir müssen es nicht wissen. Wir müssen vielleicht nicht noch mehr darüber nachdenken, wir können vielleicht auf unser Gefühl hören, genauso gut wie auf irgendwas anderes und vor allem sind wir da gemeinsam drin. Der eine hat den Eisladen, bei dem anderen ist es der Schlittschuhverleih, das ist natürlich anders getaktet, aber am Ende geht es uns allen ähnlich. Wir wissen nicht, wann was aufhört, wann wir aufhören sollten. Wir wissen einfach nur, dass es irgendwann aufhört, aber auch, dass es nach dem Herbst und nach dem Winter wieder mit dem Frühling weitergeht, auch wenn wir nicht genau sagen können, wie der dann aussieht für uns. Vielleicht sieht der ganz anders aus als der letzte Frühling. Ich glaube, das war es jetzt erst mal. Sagt mir mal Bescheid, wie ihr das fandet, dass ich das jetzt so gemacht habe. Es war auf jeden Fall ein Einblick in das Buch. Das gibt es überall, online, einen Buchladen, Thalia, Amazon, überall. Und wenn du es noch nicht warst, dann bist du es vielleicht jetzt, nämlich neugierig auf das Buch. Und so oder so wünsche ich dir einen schönen Tag und sage bis bald vielleicht. Ciao.